Unsere Innovations- und Technologietage stehen unter dem Motto Maschinenbau zum Anfassen. Themen wie die Produktivität, die Prozessabsicherung und auch die Automatisierung im Bereich Industrie 4.0 stehen immer mehr im Fokus. Bei unserer Hausmesse möchten wir Ihnen innovative und effiziente Lösungen vorstellen und die Resonanz der Kunden war durchweg positiv. Musik Der Messetag ist sehr, sehr schön aufgebaut. Man hat in direkten Bezug zu den Mitarbeitern verschiedene Monteure, die man natürlich über die Jahre schon kennt. Man hat verschiedene Hersteller hier gefunden, zusammengesucht, die natürlich auch für uns von Interesse sind. Und verschiedene Stationen aufgebaut, die für uns auch in der Zukunft, ich sag mal, eine Rolle spielen werden. Und wo wir auch jetzt schon eigentlich an morgen denken, wo man jetzt schon in Sachen Industrie 4.0 an die Zukunft denkt. Und das ist hier sehr gut, ich sag mal, zusammengeführt. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017